grüß gott hier ist mal wieder bis in 14 jahren und zwar ich zeige euch heute mal wie man auf youtube den namen ändern kann jetzt liegt einfach das an einfach das anklicken dann öffnet sich die seite hier einfach auf öffnen drücken dann kommt sie auf diese seite hier ein kreuz das kreuz brauchen wir nicht dann geht sie einfach auf youtube dann macht eigentlich euch youtube studio auf also das webseite von youtube habe ich ihnen etwas angeklickt ich amok egal dann geht sie auf euer profil da oben hier macht es erst mal auf dann sieht man konnte hinzufügen abmelden einstellungen und dann youtube studio dann geht sie auf youtube studio es lebt bei mir dann öffnet sich eurer website dann geht es ja auf warte zimmer kurz dann geht sie auf kanal glaube ich jetzt ja dann geht sie auf erweitert dann kommt ihr hierher dann kann man da land und das eingeben dann da oben steht der namen und dann ändern dann kommt sie bestätigen dann kommt sie auf einer zweiten webseite und zwar hier dann geht sie einmal auf name und dann kann man hier die namen ändern wie man sieht dann kann man da einfach was eingeben wie man heißen will und ja das war's und wenn es euch gefallen hat lasst man daumen hier oder so abonniere nicht vergessen bleibt nicht vergessen servus